Ich habe mich hier ein bisschen mehr philosophisch mal befasst mit dem Zustand der Gesellschaft und einfach ein Plädoyer für mehr Freiheit losgelassen. Bürgertum ist für mich identisch mit dem, was wir in der Wirtschaft auch als Mittelstand bezeichnen. Wer sich heute an einem Lob des Bürgertums versuchte, würde bei unseren Politikern vermutlich Ratlosigkeit, bei unserer Intelligenzschicht mitleidiges Lächeln auslösen. Meine frühe Kindheit, die intakte bürgerliche Familie damals, bevor mein Vater umkam und das Haus ausgeboren wurde. Und dann das Vorbild meiner Mutter, erfolgreiche Geschäftsfrau, das hat mich geprägt.